Richtig langsam. Aber es ist angenehm. Schöner Sound. Wie viele gerade gekickt wurden. Bist du hinten? Los, nun zum Lager? Ich habe bei mir gerade voll die 180 Grad Wende gemacht hier. Alter. Sautoskeil ohne Mist. Admin Bunn, no Russian, Alter. Schreib mal irgendwas auf Deutsch, hier nicht, dass du auch noch gebannt wirst, weil die denken, du bist Russe. Wie Kante, Bart. Ja, wer weiß. Kommst du? Ja, wie toll. Untertitelung des ZDF, 2020 Da hatten wir früher die Base, oder? Ja Ok, wir fahren rechts durch den Wald Ja, alle Gläsergäste Hm Mir gefällt die Südinsel Magde irgendwie mehr als die Nord Ja, ich auch Nee, ich kaum noch Dunkel, ja, ne? Hm? Wirst du grad dunkel? Nee Ist das 7? Da sind Zelte Boah Ja Ich häng in nem Baum fest Oh, da ist ein fettes Lager Fetter Stein Ich mach alle Zelte kaputt Tohohoho Weißt du, fett ist das Lager irgendwie nicht Ich hab nur gedacht, dass das fett ist Da ist ein Auto Töööö Töööö Auch ein schöner Platz Am Cap für ein Carwheel Oh, wie gemein Mal Carwheel klauen Hey, wir haben uns entschieden Bände zu spielen Also dürfen wir sowas machen Achja Ich seh schon wieder Was denn? Einen verpackten Stein Aber er war sauber Und da stehen keine Zelte Finde ich gut Komm, abzischen jetzt Siehst du mich? Nee Hallo Komm mal, ob er hier vielleicht noch ein Zelte drin ist Weiß auch nie, ne? Ich seh mal, wie dieser diese Arschlöcher ist Na komm, wir gehen jetzt Ja, okay Naja Ich will nicht wissen, wie lange der gebraucht hat, um die Zelte zu farmen Ohhoho, das ist so gemein Oh, ne Mist, das ist richtig blöd Das machen die bei uns auch alle Die Burg schaut geil aus ok ist gut gute burg gute burg auf nach gute burg auch sprit ist ja gut ich mich erschreckt das ist als explodierte ja einfach aus ich gedacht was machst du denn der weg jetzt müssen wir eigentlich noch eine große sogar dann haben die ist leer jetzt sich leider ist noch eingefüllt die alles jetzt du jetzt jetzt ich ich nicht nicht ich Hast du die VSS da reingelegt? Ja Null, warum? Wolle ich was ausprobieren, Null 5 SC6 brauchst du probieren LOL Die hört man ja gar nicht Hast du die gehört? Alter, ich hab gedacht, du wirst beschossen Doch, ich höre sie ein bisschen Aber fast gar nicht Nur so ein Klicken Ja Welche ist die? Welche ist es? NW5 SC6 Ja Ist die ja Stealthkiller ohne Mist So, wieder da Ja Ja, ich muss dann gleich auf Ja So, ähm 15 Steine Gut Kannst Zementmisch schon mal aufstellen? Ja War erst mal das Auto weg, den, den Ding da Ach, man kann ja nicht fliehen, scheiße Ja, probiert schon Äh, Zementmischung oder also Soll ich ein Weckrahmen mit dem Ural? Nee, soll ich es hier hinten hinstellen? Nee, das ist ja scheiße, da tut es ja keine Das könnte man mit dem Bus wegmachen Also hier, was? Stell es einfach hier davor, scheiß drauf Muss ich jetzt hier irgendwo aufstellen? Warte mal, bau hier Tut hier den Zementmischer hier so aufstellen Genau da, wo ich saß Na, hopp, auf geht's Wut, wut, wut Ey, 150 Meter weg von der City bin ich doch Wut the fuck Bitte sag mir nicht, dass wir es nicht hier oben bauen können Doch, doch, das muss gehen Ich hab hier schon mein Haus gesehen 150 Meter von der City fern sein Das sind doch 150 Meter Wenn es hier in der City angesehen wird Nee, nee, das kann nicht sein Soll ich mal trotzdem probieren, oder? Ja Komm mal in deinen Rucksack rein Ah, keinen Platz Bei dir, ach nee, auch nicht Wir sind das Auto Scheiß drauf, dann bauen wir halt dein Haus danach Wenn es jetzt nicht klappt Aber warum? Man muss hier kein Ding machen Aber wenn es hier echt als Stadt angesehen wird, ey Trotz Alter Geht nirgends wo Bist du die irgendwo außerhalb bauen, oder wie? Hm Probier mal hier, okay Hier geht's auch nicht Weißburg wird als Stadt angesehen Ja, ja, dann geh ich auch Lass da oben bei so einem Steinen hinbauen Jo Warte mal, repariere mal die Autos, wir fahren so hoch, okay? Da steht ein Motorrad Lauf genau, drauf zu Komm, lass mal Autos reparieren Ja Da fehlt ein Reifen Das ist echt ärgerlich, ey Das ist echt ärgerlich, ey Ja Andere Autos ist schon repariert Achso, ich hab nur einen Reifen angemacht Scrap-Gilz du hier lassen? Den können wir nachher nochmal holen Das zählt steht halt jetzt da, ist halt blöd Ich kann mal einpacken Kann man nicht einpacken Doch, ich kann's vorhin einpacken, Packtent Doch, ich kann's vorhin einpacken, Packtent Wollen wir's mit der Seite zum Stein bauen oder mit der Seite zum Berg? Äh, wie du willst Ich denk eher mit der Seite zum Stein Oder? Ja, dass man halt den Eingang ein bisschen abschirmt, weißt du? Dass man mich quasi, wenn ich einen ins Haus rein will, nicht von hinten abschießen kann Ja Soll ich bauen oder? Du Mach du, oder? Mach du, oder? Mach du, du, du Ich hab jetzt schon oft genug Häuser gehabt Nur bei mir hast du dich grad selbst überfahren So ein Bucknerstein? Ne, ne Ach, da ist ein Ver... Hier könnte man ein Zelt reinstellen, wenn wir Assi sind Die Assi? Gerne Und ist natürlich sicher... Ja, das Loot Na komm, jetzt erstmal Grundstück schnell machen, ich muss nämlich essen Ähm, ja Ist im, ist im Auto drin Landmescher Im Ural Ja Haben wir noch ein Zelt? Hey, könnte ich theoretisch meins auch schon machen? Ne, 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 das ist zu wenig Zeug Ähm, da ist Ich mach mal ein bisserl Holz Wohin, wohin? Äh Ja, ungefähr so Warte mal, warte mal noch nicht Mach's lieber an Rand Hier so Weil dann können wir da ein Auto dazwischen stellen Da haben wir eine Seite sogar sicher noch Hier so Ja, wie du willst, ich kenn mich da nicht aus Oder, warte mal, wo ist ein... Wo kann man... Hier kann man rein, oder? Hier kann man rein, okay, dann baust du es so davor, dass... Hier, hier ungefähr so Hier In die Richtung... In die Richtung zum Stein In die Richtung zum Stein Noch einen Schritt zurück, wenn du kannst Naja, wo steht's Dann immer in die Richtung gebaut, wo man guckt, oder wie? Hin guckt, ja genau Ich hab' eigentlich schon voll viel dabei Wenden und so weiter Ich bräuchte nur noch Holz War glaub ich ein Scrap-Apc Aber nicht so viel Kann man hier Holz hacken? Weiß ich nicht Weiß ich nicht Ja 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 Wohin? Ich hab doch gesagt, es bringt für mich nichts, weil ich eh Gateboard mehr fahren kann Ich hab' Ich hab' Ich hab' Ich hab' Ich hab' Ich hab' So, dann save man auch noch die Autos schnell, ne? Okay, noch 12 Holz brauche ich. Hast du 12 Holz? Jakob? Jakob? Sorry, ja, Holz, Jakob, geht hier. 12 Holz brauche ich noch. Also, 12 Holz brauchen wir noch. Ja, habe ich schon. Habe ich schon. End, du Schlampe. So, jetzt musst du ein Blueprint rein tun, dann machst du es so wie ich stehe. Ah ne, Quatsch, 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 Quatsch. Ähm. Warte mal. So, so wie ich hier stehe. Genau in die Richtung gucken. Ja. Geh weg. Ja, genau so. Geh noch zwei Schritte nach vorne, du kannst noch nach vorne, oder? Ja. So? Ja. Geht's? Du musst näher an den Zementmixern. Ja. Ja, gut. Unser erstes Haus. Lol. Was'n? Sau weit weg, Alter. Ne, ne, das passt schon, weil die Sperren sind dann bis hier hin. dann, ich hab einfach mal hier noch mal was werben hast. Dann können wir hier noch was rein worthy stellen.